Ich bin ganz besonders stolz und happy, dass sie zu Clixoom kommt. Nora Tschirna, eine der meistgebuchten Schauspielerinnen zur Zeit in Deutschland. Und im Moment ist sie im Kino nicht zu sehen, aber zu hören beim neuen Disney-Pixar-Film Merida. Worum es da geht und vor allem, was sie zu euren Fragen sagt, das werdet ihr die Tage hier auf Clixoom erfahren. Und wenn ihr Fragen stellt, dann am besten in den Kommentaren oder noch besser als Video-Upload. Einfach in die Kommentarbox klicken, rechts daneben dann der Button zum Hochladen. Seid einfallsreich, lest den Infotext und dann stehen die Chancen eigentlich ziemlich gut, dass ihr drankommt. Ich drücke die Daumen und Nora Tschirna freut sich schon. Und bevor ich es vergesse, den Trailer zum Film gibt es im Video hier unten verlinkt eine ganz spezielle Aktion mit meiner Kollegin Janik Johnson. Viel Spaß dabei!